Äh... Ach nö, der zerbricht daran, glaub ich. Okay, ja, tut er! Was?! Loll! Dachtest du das erwischt, nicht? Na, ich... ich hab nicht daran gedacht, Mann. Na, echt?! Ja, ich hab auf'n Papierflieger geschaut. Das ist schon zu mich traurig. Oh, das bringt nichts. Das fiegt nicht mit. Warum hast du auch so eins dorthin platziert? Was? Weißt du nicht? Oh Gott, hast du das Jaulen gerade gehört? Ja. Richtig traurig, da haben wir was für... Ja. Oh Gott, hast du das Jaulen gerade gehört? Die Decke ist so niedrig. An der Stelle. Boah, fast hätte dich dieser scheiß Papierflieger erwischt, Mann. Der macht... der macht keinen Schaden. Ja, das ist mir egal. Ach nun, jetzt schafft der Bastard das noch. Boah, ekelhaft. Ekelhaft. Ja. Ja. Willst du noch... zerquetsch-Action, oder wie? Wie unnötig. Ich habe gewusst, dass du es nehmen wolltest. Und deswegen wolltest du es mir wegnehmen, alles klar. Du Arschloch. Hm. Na wie gesagt, das hält nicht daran. Also wenn das was bewegen ist, also zwei bewegende Dinge halten nicht aneinander. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Verkack, yes, verkack. Oh. Ich bin doch nicht bescheuert. Also, manchmal. Jetzt gerade. Ja, spring! Nein, spring! Ja! 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 Rechts! Rechts ist der richtige Weg! Wir kennen es alle aus Super Mario! Rechts! Du musst nach rechts! Wahoo! Ja! Ach man... Du gehst in die falsche Richtung, Zada! Du musst nach rechts! Da verlierst du nur! Da verlierst du! Du wirst verlieren! Jetzt zögerst nicht weiter hinaus! Spring einfach in den Tod, bitte! Du bist creepy, weißt du das? Du wirst wirklich creepy, wenn du an meinem Arsch liegst! Oder dich hinter meinem Arsch versteckst! Warum auch immer! Also, ich mach hier gerade voll den coolen Hula-Tanz und du creepst so hinter meinem Arsch! Denkst du, das ist in Ordnung? Bei mir sah das ganz anders aus! Ey, jetzt echt? Wie sah das bei dir aus? Äh, da war ich vor dir und das sah es aus als... Ja! Okay! Okay! Ich glaub, ich weiß, was du meinst! Ja! Ups! Wie dieser Bereich einfach so unnötig ist! Welcher Bereich? Puh! Ich weiß nicht, wovon du redest! Ui! Ah! Mann! Machst du auch sowas? Mann! Ich möchte eigentlich nur in den richtigen Moment abpassen! Ah! Wuh! Niii! 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 Ich hätt mich ducken sollen! Ich hätt das Spiel bleiben sollen mich ducken sollen! Aber nein! Niii! 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 Nii! Niii! Scheiße, Mann, ich weiß nicht, was ich zu tun soll. Wenn man da gleich mal ran macht, kann man das später drehen. Das ist kacke. Das ist einfach nur kacke. Das weiß ich schon. Okay, meine Chance. Es passiert einfach das gleiche, Mann. So viel dazu. Das war gerade ein bisschen traurig. Ein kleines bisschen. Warum hast du da jetzt noch einen gemacht? Zu welchem Zweck hast du das getan? Damit wir auch eine andere Route haben. Okay. Eine sehr gute Route, wie ich sehe. Funktioniert einwandfrei. Das trifft mich nicht. Okay, das ist so viel hier, ey. Ich habe gerade echt ein bisschen Panik. Und für das Beispiel steht da einfach nur wie so ein... Ach Mann, ich traue mich gerade einfach gar nichts. Zu Recht. Ähm, hätte ich mich vielleicht auch weiterhin nicht trauen sollen. Naja. Nächstes Mal auch noch einmal. Was? Äh, was? Ja. Das ist sinnvoll. Wow. So. Ich mache jetzt eine Treppe ins Nirgendwo. Tschüss Tschüss Oh Du hast meine Treppe ausgenutzt Alter, ich hasse dein Leben Ich hasse deine Existenz Ich hasse dein scheiß Pferd Wie kann man so eine hässliche Pferdefresse haben Wie ekelhaft du zu Nein, nein Einfach nein Dein Leben ist ein Nein Du bist ein Nein Sag dir Nein, sage ich ein Nein Nein Oh Mann, warum sind wir beide so beschissen? Oh, das ist schwierig Und warum bin ich noch beschissener als so was soll das? Ja, spreng einfach alles in die Luft Bitte Alles Wow Nein, verdammt Oh Gott, ich dachte... Oh, da war ja eine Puckmaschine Und ich bin der scheiß Underdog Noch zwei Runden... Ja, die müsste ich jetzt beide gewinnen, um gegen dich anzukommen Irgendwie fehlt mir hier ein Hund Easy Der ist voll im Weg da Dann will ich das nicht haben Nein, einfach nein Da auch nicht Warum packst du die Sachen so in den Weg? Warum nicht? Ich wollte damit fliegen Ja, spring da rein Ja, spring da jetzt durch, bitte Jetzt In genau diesem Moment Ah, Mann Du willst... Du legst es echt drauf an, ne? Du willst, dass ich dich mit jeder Farbe meines Seins hasse Ja Du hast auch keine anderen Ziele gegeben Fuck ja, fuck Dein Kampf Dein Kampf Dein Kampf Das war wirklich... Das war schön Halt's im Haul Das hat mich wirklich gemacht Hä? Oh, nö, Mann Hä, was ist denn? Ich hab doch nichts kaputt gemacht Nö, gar nicht Hä, das hatten wir schon vor einiger Zeit, dann hast du das weg gemacht Also ähnlich zumindest hatten wir es schon Oh 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 Boah Oh 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 Geräusche, die Leute beim Warten in der Schlange von sich gehen Okay Okay Du hast es doch echt... Du legst es echt drauf an Super nervig Nein, warum bin ich so... Warum bin ich so... Warum? Nein, ich... Nein Einfach nein Wollen wir noch Ose spielen? Tschüss